Kahl! Wo bleibt mein Käse? Was machst du da hinten? Kahl, was machst du da draußen? Ey, ich hab hier die Mülleimer gefunden. Kann ich gleich mit reinlegen. Jetzt, komm, die Gäste warten, komm, wir müssen Bestellungen aufnehmen. Aber hier ist mein Zuhause. Kahl, Kahl, komm jetzt, die Gäste warten. Schließlich bezahl ich dich nicht umsonst. Ja. Der linke nehme ich. Bacon, Cheeseburger, Bacon, Cheeseburger, Hamburger, Cheeseburger. Ja, wir müssen jetzt erstmal Bacon, Cheeseburger machen. Wie machen wir die Burger? Ich weiß es, ich hab gedacht, du hast Ahnung. Ich neig schon mal das Brot. Wir brauchen einen Hamburger. Ich hab schon aufgeschnitten. Ja, wir brauchen noch mehr Burger. Ich neig schon mal. Aber wir haben eine Ratte? Wir haben eine Ratte hier dran. Was, wir haben Ratten? Ich hab doch gesagt, du sollst das Essen nicht auf dem Boden lassen. Mann! Warte, die Ratte ist hier oben. Du hast die Ratte gebraten. Oh, das kommt der Essen. Die geklaut. Oh, Alter. Die weg, Ratte. Ab mit dir in den Müll. Ich weiß nicht, was für einen Burger die möchten. Fleisch? Wo ist das Fleisch hin? Lass dir meinen Käse in Ruhe. Die geklauen das. Wo ist mein Fleisch hin? Mann! Das haben die geklaut, die Ratten. Die Stimme drücken an der Wand. Halt doch mein Schatz! Ich hab jetzt mein Burger gleich fertig. Ich brauch... Hopp. Geh weg! Mann! Du musst es braten erst mal. Nein! Du musst das Fleisch runter machen. Ah! Hier brennt es! Was? Wieso brennst denn? Ich hab doch gesagt, du musst auffassen! Das ist mein Samenstag, oder? Wuuu! Die nächste brennt! Essen ist fertig! Wann ist alles? So, der Herr. Entschuldigung. Einen guten... Ja, ich weiß, was gutes Essen war. Wo ist... Wo ist der Feuerlöscher? Mann! Hier ist alles nicht in Standard. Mann, es brennt, Karl! Warum liegt's hier im Feuerlöscher? Ich nehme... Wie... Wie... Karl! Du kostenlos bist... Weißt du, du bist so teuer, obwohl du kostenlos bist! Mann! So, wir brauchen... Wir brauchen... Hör zu! Wir brauchen zwei Cheeseburger, und zwei Bacon-Cheeseburger. Und das Dalli. So, Bacon... Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Du machst die Bilder davon! Ich hab da was Käse drauf! So... Und jetzt... Top! Bam! Ich hab Burger gemacht! Bacon-Cheeseburger! Entschuldigung! Ich weiß, der Teller tut weh! So... This isn't what I ordered! Gib dir gleich... Bam, 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 bam! Komm! Hier! Aufs Moll kriegst du von mir! Bam! Hier! Eine Schelle! Eine Schelle die sich für dich... Hier war ein Cheeseburger! Hier war ein Cheeseburger! Hier war ein Cheeseburger! Ja, du bist auch ein Cheeseburger! Hier! Ja! Brav gemacht! Brav haben sie gegessen! Ich wisch ihn im Mund ab! Sooo... Fein! Fein bist du! Du machst ein Cheeseburger! Hä? Hä? Wir haben... Fresh thrown out! Zwei? Was? Carlo! Komm rein! Hallo! Hallo! Carlo! Alles gut bei dir! Ja, alles gut! Alles gut! Du bist genau rechtzeitig gekommen! Du kannst schon mal die Gäste bedienen! Was möchten sie denn? Die möchten einfach Brot mit Wurst! Frust! Frust und Bread! Jawoll! Das kriegen wir doch hin! Wir brauchen... Eine Wurst und Brot! Ja, ein Brot! Zack! Alter, hast du gesehen! Ich hab das aufm Messer geworfen! Zack! Kette geschnitten! Muss ich das auch schneiden? Ich hab mein Würstchen angebraten! Ich hab mein Würstchen? Muss das Brot auch gebraten sein? Uhhhhh... Was fragst du mich denn jetzt für Sachen? Lass mich doch eins holen? Ich hab gedacht du wirst der Chefkoch? Du bist der Praktikant! Du musst die Drecksarbeit erledigen! MEIN GOTTSS外 Ja! Würstchen mit Brot! Ja! Das muss... Das Brot muss gekocht sein! Also gebraten! Naja... Scheiß drauf! Die möchten nur Württchen haben! Ohne Brötchen! Nur Württchen! Ich hab zittrige Hände, passen sie auf. Ich hab ein Würstchen, ich hab ein Würstchen, ich hab ein Würstchen, nein, du brauchst die erstmal. Ich hab auch ein Würstchen, aber ein dickes. Alles gut, 5 Sekunden Regel, 5 Sekunden Regel, alles ist gut. Der hat unser K-Shop, der hat einfach K-Shop auf den Boden geworfen. Die wollen ein Plain Hotdog und noch ein Plain Hotdog. Schaffen wir das? Nur Hotdog? Plain. Was, mit dem Brötchen oder wie? Ja, einfach nur nochmal. Ich hab meinen Teller da, da ist mein Teller. Carlo, bestellen sie mir nochmal ein paar Päckchen. Ich komm hier nicht rein. Ich krieg das auch mal. So. Nein. Hammer. Kann man das Würstchen auch schneiden? Nein. Oh. Wollte ich da nicht. Au. Was ist mit ihrer Hand los? Das Brötchen ist nicht geschnitten. Aber okay. Mir egal, soll er essen. Wir brauchen einen Teller. Wir brauchen... Ey. Ey. Du blöde Maus. Bleib hier. Lange der Werdegast. Das ist keine Maus. Das ist eine Kacke. Mein Brötchen ist weggeflogen. Das ist mein Schuhkartoffel. Ey. Mein Schuh. Mein Schuh. Und weg mit dir. Ey. Hä? Die ist weggeflogen. So, Brötchen hier. Du musst schauen, wie Plain geht. Ich weiß... Also, ich weiß es natürlich, aber du... Du bist... Du bist Praktikant. Du musst schauen. Mensch. Äh... Wie viel Geld haben wir dann? 109. Ich weiß es nicht. Sie sind doch der Chefkoch. Also, wir brauchen nur einen Plain Hotdog. Wah? Mein Werdegast ist ausgerutscht. Ich halte dein Werdegast. Danke. Bestellung ist da. Carlo, kümmere dich darum. Nein! Darf ich mich auf die Bestellung. Die Bestellung? Hier! Mann! Hier! Nein, ich bin nur das Frühchen. So, der Werdegast. Hier! Bitteschön. Essen Sie Ihr Brot! Ja, geht auch. Die Bestellung... Die Maus, die Fliege zieht hinaus. Ui! Ui! Alter, einfach... Ui! Ui! Einfach Rapper. Der hat dich gerade einfach weggeworfen. Oh, hier ist ein Messer. Marco! So, das weiß ich nicht. So weiß ich es nicht. Gib mir dein Geld. Gib mir dein Pausenbrot. Gib mir dein Pausenbrot. So weiß ich es nicht. Verbissen Sie sich. Geh weg. Wo ist das Messer? Wo ist das Messer? Sonst kann ich halt Brötchen stellen. Hier ist ein Messer. Ah, da? Was möchten Sie haben? Oh, Böschchen. Hey! Wo ist mein Teller hin? Wo ist mein Teller hin? Da vorne! Ich glaube, das ist nicht mehr. Der will hier nur ein Würstchen. Tu das Würstchen hier drauf. Tu mein Würstchen hier drauf. Ja. Ja. Wenn ich nicht Mitarbeiter des Monats werde, dann weiß ich auch nicht. Du bist mein einzigster Mitarbeiter. Also, ich träum nicht. Wenn wir nicht das beste Unternehmen sind seit Jahren, dann weiß ich auch nicht. Wir sind auch sehr, sehr sauber und hygienisch. Ja, hä? Die Ratte, die hält sich an Hygienevorschriften. Die wäscht sich die Hände. Bevor sie reingeht. Ich zieh die Hände. Ah, so. Jetzt, ihr Würstchen. So, ein guter. Willst du kein Brötchen haben? Nee. Wir haben... Nur Würstchen! Nur Würstchen! Nur Würstchen! Nur Würstchen! Bei beiden nur Würstchen! Ja! Nur Würstchen, jawohl. Ich mach sauber, 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 sauber. Schau mal! Es ist sauber! Ja! Hier! Hier! Bring's raus! Wo bist du? Ach, da. Okay. Da ist Päuschen drauf, oder? Nomnom. Schmeckt gut, ne? Lass nicht uns ne Bewertung bei Lieferanten und so da, ne? Ja, in der Google-Bewertung. Ja, nee. Und bei etwas Pilot. Und bei Twitter. Und, und bei... Und bei TikTok. Vergiss ihr Karton nicht. Ah, guten Tag, der Herr. Wie geht's Ihnen denn so? Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Schönen Tag, Leute. Ich hoffe, es gefällt Ihnen für mich. Marco? Carlo? Wieder an die Arbeit. Ah! Es brennt! Nein! Ah! Was? Breite! Aua! Heiß, 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 heiß! Heiß, heiß, heiß! Es ist auf dem Dach. Was bin ich? Die... Wissen Sie, warum ich mit Päulers in der Hand hab? Hä? Hä? Ja, ich auch nicht. Aber ich hab das Gefühl, sie sind heiß. Fragen, was sind wir hier... Ähm... Keine Ahnung. Sind wir in der Männerbude? Weil hier sind nur Männer. Hier ist ein Würstchen, quasi. Was? Was? Hä? Habe ich grad... Habe ich grad das Würstchen gegessen? Sag mal grad ein Würstchen. Ich weiß nicht. Wo sind die Anocken? Ah, hier. Du gehst jetzt hier weg, du blöde Maus. Genau, geh da hin, wo der Pfeffer wächst. Wo wächst denn, ne? Weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich hab Karton gefunden. Bring die Ratte um. Bring die Ratte um. Bring die Ratte um. Die hat ein Würstchen. Ich bin vegan. Die hat meine Würstchen geklaut. 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 Holt meine Würstchen zurück. Geben sie mein Würstchen wieder weg. Raus aus dem... Die ist mein Würstchen. Die hat das ganz tief dran. Weißt du, warum... Die geht weg. Die geht weg. Weißt du auch, warum wir so gute Kundschaft haben und immer fleischvorrätig haben? Weil die Ratten... Ja, weil die Ratten, die verarbeiten wir. Wir sind mehr weg. Weißt du nicht, wie wir sind... Und his name is... Ja, wirst du ein bisschen... Jawohl. Lern schwimmen. Du bleibst jetzt hier. Ich verfrach dich hier rein, du Arschloch. Du bleibst jetzt hier drin. Hier. Du bleibst da drin und verreckst. Wie null Dollar. Wie null Dollar. Soll ich mir besser drücken? Wie null Dollar. Sie schulden uns. Sie schulden uns was. So, Marco. Ja. Schau jetzt her. Alles was kommt und krabbelt, kommt da rein. Hast du gesehen? Alles, sie ist mir. Plane hot dog. Plane hot dog. Nein. Sausage and bread und einmal plain. Es war's. Der sagt, der hat das nicht bestellt. Sie haben es bestellt. Ich hab's gesehen. In ihre Augen. Was gibst du den Leuten denn auch zu essen? Ja, ganz schön. Augen. Wann? Wieso verschwinden hier in Sekunden? Der möchte plain hot dog. Das war nicht richtig gekocht. Das war richtig gekocht. Sie Idiot. Sie Idiot. Was möcht'n die? Oh, Damen. Möchte nur Möchen haben. Ah! Diese Ratte ist mein Haustier. Macht euch da keinen Kropf. Es brennt in meiner Hand. Es brennt. Au, au, au. Ah, ah, ah. Es tut weh. Es muss feierlicher. Guck mal, ich hab Kacke in der Hand. Es brennt. Es will scheißegal. Leckeres Würfchen. Ich habe Mause fallen. Die hat gesagt, das war nicht gut. Ich habe Mause fallen. Guck mal, guck mal. Hier. Die Intelle schickt die Neonhals fest. Guck mal. Die hat die Kelle aus... Die hat die Intelle ausgespuckt. So. Ey, da hat meine Wurst geklaut. Ey, ey. Würf ich das haben. Hier. Das ist ich bedanke. Scheiße. Marco, du kannst gar nichts. Ich kündige dich. Du kannst mich nicht kündigen. Stimmt, ich bezahle dich nicht mal. Ja. Ich mache das freiwillig. Wir haben 446 Dollar erst. Wir brauchen 400. Wir brauchen 400? Ja. So lange will ich aber nicht arbeiten. Ich auch nicht. Brust und Brot. So, einmal Plain und einmal Wurst. Also Brot. Die Rattenarmee kommt wieder. Ich habe gesagt, amazing. Ja, ist Wurst. Amazing. Für die nächsten. Karton. Karton. Plain Hotdog, Plain Hotdog. Sie bekommen einen Gratiskarton dabei? Zweimal Plain Hotdog. Oh. So. Karton weit werfen. Kommt man nicht extra Geld, wenn man die Karton in den Milch einmal wirft? Oh. Egal. Ja, habe ich. Vergestellt. Oh mein Gott. So. Hier haben meine Linken. Novation. Novation. Amazing. Gut. Mann, ich mache meine Bestellungen fertig, die schon länger dauern. Und was machst du? Plain Hotdog, Plain Hotdog, Plain Hotdog. Ja, bin ich doch gerade dabei, Mann, Marco. Erz mich nicht. Sag nur, was sie bestellen. Ich kann es schon mal rausbringen, eins. Habe ich ihnen gelegt. Oh Mann. Nehmen wir die Sachen vom Grill runter. Sonst brennt es. Wir möchten nur Wurst, nur Wurst. Beide. Der eine möchte nur Wurst und der andere möchte Plain Hotdog. Ich habe nur Wurst. Jetzt geh auf Seite. Wir möchten Wurst und Brot, Wurst und Brot. Ah. Ah. Ich habe doch gesagt, so die Sachen vom Grill. Marco. Ich habe gerade die Bestellung abgegeben. Wirst du noch aufs Grill legen, aber nicht mein eigenes? Ach, immer gerne. Oh, ne, ist ein Wurst. Entschuldigen Sie, ich wollte sie nicht mit dem Messer bewerfen. Achso, Marco. Achso. Achso. Ich habe das nicht, nein, ich habe mir selbst geredet. Nicht mit den Kunden. So. Nur Wurst. Nur Wurst. Nur Wurst. Zweimal Wurst und zweimal Wurst mit Brot. Wurst. Ich bringe noch das nächste Wurst raus. Mann, Marco. Ich kann nicht mit dir arbeiten. Wurst und Brot. Das ist mir viel zu anstrengend, weißt du das? Ja, ich bin immer wieder gern. Das geht nicht. Ich besteh gerade. Ich kann... Achso. Ah, ich bin immer Auto. Ich bin hier bei LKW dran. Da waren noch Brötchen dran. Was möchten die haben? Wurst und Brot. Also wir brauchen jetzt einmal... Dann Hotdog. Dann Hotdog. Dann Hotdog. Und Wurst und Brot. Wurst und Brot sofort 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 sofort. Mann! Marco, du hast mein Ding aus der Hand gehauen. Wurst und Brot. Wurst und Brot. Hab ich. Was ist der Teller? Aber der hat mir 0 Dollar gegeben. Ah. Warum liegt das noch drauf? Planner Doc, Planner Doc. Warum legst du da einfach ganz normale Brötchen hin? Die müssen gekocht sein. Marco, ich dachte, ich hab dir alles beigebracht. Wie mein eigenes Kind. Den Hotdog. Das Brötchen ist nicht geschnitten. Brötchen ist nicht geschnitten. Wo ist Wasser? Wo ist Wasser? Ja. Oh. Wollte ich nicht, aber egal. Der runter, bevor es brandt. Der runter ist weg. Einer Hotdog. Einer Hotdog. Einer Hotdog. das ist natürlich nicht gut und nicht gesund warum stehe jetzt mani 32 72 ich will nicht mehr ich will nicht mehr arbeiten ich gebe ab also gibt es noch ein bisschen wir können wir können sie eigentlich automatisieren ich bin an der ausgabe und du bereit ist es zu oder andersrum geht es schneller ich muss erst mal bestellen wir haben nichts mehr hast du schon bestellt ja ich will bürste in uns rein ja die teile ein hotdog Ich bin ein Hotdog Ey! Au! Achso Was sind die Brötchen? Was sind die Brötchen? Hier sind nur Würste Sind nur Würste? Was ist denn Brot? Ähm Marco? Ich stehe gerade Ich stehe Würstchen und Brot Würstchen und Brot Beheilen Sie sich Ah Brötchen Nicht direkt auf dem Platz Mann Marco Marco, nein Ah, warum was? Es war doch drauf Nein, war es nicht Ich sage, hör auf damit Hör auf diese Bestellung zu machen Was machst du? Du machst diese Bestellung Nein Nicht hilfreich Hm? Was möchten die? Möchten die Plain Hotdog oder? Würste und Brot brauche ich auch Ja Die anderen brauchen noch Sausage und Bread So, der Wetter Herr Jawohl, gerne doch Nur noch 32 Dollar Dann bin ich endlich weg von hier Kann ich meinen nächsten Laden eröffnen Ah, das kann ja noch schief werden Schief werden? Ich melde sie sich Ich melde sie sich Ich melde sie sich? Ich melde sie sich? Ja, ich melde dich beim Gesundheitsamt Wenn die noch einen Ladenaufwand Ja ja, das Gesundheitsamt meldet mich Ah, verbrannt Keiner will schwarze Würstchen haben Wenn ich da hab Ah, ich muss hier durch Draußen brannt es Würstchen weg Draußen brannt es Komm mir einmal Dein, dein Würstchen So, kurz gerettet Und? Ja, das war's eigentlich Was brauchen sie noch? Brot Und Wurst Aber Brot zuerst Ja Brot und Wurst Hier Und einen Teller Und hier Und ein Teller kommt hier Und draußen brannt es immer noch Was feiere ich da Wo ist das Essen? Draußen brannt es? Wo ist das Essen, Marco? Wo ist das Essen? Wo ist das Essen? Wo sind das Essen? Wir haben noch 20 Sekunden wir haben noch 1700 nein die meinte die bestellung geht sonst weg marco du die drauf ist doch oft es ist ja es zu spät ja es zu spät aber wusste feierdächer und hier plane hot dog plane hot dog ja draußen kann es muss erst mal sich darum kümmern es kommt ein notruf an feuerwehrmann ist unser mann okay ich bin feuerwehrmann und wir trennen treintauchen wurst auf dem grill jetzt ein hot dog sonst brenne ich deinen würstchen weg mag ich gerne mache jeden abend let's go wir haben keine würstchen mehr ich bestell gerade welche doch wir haben wir sind hier drüben so dann bestell ich eben noch mal brandes brötchen weg weg brot ich will das welchen bevor es wegbrennt ein hallo ich krieg das wirklich nicht runter was willst was brauchst du da jetzt habe ich noch 12 dollar probier was brauchst du noch ich brauche noch ein wurst die liegen doch dann brauche ich bei den kleinen hot dog plane hot dog was noch normal plane hot dog und ich brauche noch mal neues das aber ja hier ja sind fertig wir haben gewonnen Ich bin reich Tschüüüü Alter Weißt du was das uns sagt? Wir sollten auf gar keinen Fall ein Gastro eröffnen Ja Und das war's mit der Folge von Ich kann nicht mehr Ich will kein Geschäft mehr aufbauen Ich kann nicht mehr aus Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao